Es geht wieder los, die erste Tour im neuen Jahr 2022. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und nach dem Trailer könnt ihr sehen, wohin es geht. Hallo, das bin ich, ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrönen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Sieht mal ein Storchennest! Ich bin angekommen, nicht mal anderthalb Stunden Fahrt von zu Hause und ich bin hier im Spreewald. Meine erste Nacht verbringe ich hier in Laipe. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind schon 30 Kilometer gefahren jetzt und inzwischen sind wir hier im Spreewald angekommen. Schaut euch das mal an! Hier ist schon das erste Kanälchen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber hier im Spreewald lebt eine Ethnie und zwar die Sorben. Und eigentlich ist das eine ziemlich bekannte Region hier in Ostdeutschland, kurz vor der polnischen Grenze. Es gibt hier mega viele von diesen Kanälen und da kann man auch wunderschön mit dem Kahn fahren. Also bleibt dran! Ich zeige euch, wie ich hier mit einem Kanu fahre oder den Stand-up Paddel. Ich weiß noch nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall werdet ihr mich auf einem dieser Kanäle paddeln sehen. Ich stehe auf einem offiziellen Wohnmobilparkplatz und schaut mal, der ist total zentral, denn hier sind schon die Kanäle und hier kann man auch eine Kahn-Tour machen. Ich will jetzt erst mal schauen, der Parkplatz kostet vier Euro am Tag und ob ich hier irgendwo das Ticket bekomme. Hier ist jetzt erst mal alles zu schon. Jetzt ist es 19.30 Uhr. Ich versuche es einfach morgen früh noch mal. So, hier ist die Landkarte mit den Kanälen. Wir sind hier oben in Leipe, da wo das P ist. Und schaut mal die ganzen Wasserläufe hier an. Mega cool! Schaut mal, das ist ein Rad Schober. Hier kann man sein Fahrrad sozusagen parken, wenn man hier mit dem Spreewald-Kahn weiterfahren möchte. Und der Sonnenuntergang. Schön! Ich gehe jetzt hier noch ein kleines Stück spazieren, um zu schauen, wo ich hier morgen ein Kanu ausleihen kann. So, da habe ich ja schon mal was gefunden. Parkplatz und Karawanenschwellplatz. Da gehe ich jetzt mal hin. Schaut mal da hin. Da fahren welche mit dem Kahn. Ich habe mich jetzt hier mal umgeschaut, weil ich eigentlich mit dem Sub hier fahren wollte. Aber ich zeige euch mal das Wasser. Gut, das spiegelt sich jetzt ein bisschen, aber das ist nicht wirklich sehr einladend. Daher habe ich beschlossen. Also entweder ich fahre hier mit so einem Kahn, obwohl da fühle ich mich wahrscheinlich wie ein Rentner, wo dann 20 Rentner drauf sitzen und dann stark sind. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich leide mir hier ein Paddelboot aus, so ein Kanu und fahre alleine. Da habe ich dann Sorge, dass ich mich nicht zurecht finde, weil es sind hier, ich weiß nicht, tausende Kanäle. Und ich habe keine Lust, das Kanu zu tragen. Und vielleicht finde ich den Rückweg nicht, wenn ich einmal falsch abbiege. Und die dritte Möglichkeit wäre einfach hier wandern zu gehen. Das ist die leichteste Übung. Das kann ich und da finde ich auch wieder zurück. Und ja, ich schlafe einfach noch mal eine Nacht drüber und dann werdet das ja sehen. Da hinten steht übrigens Svenna. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe so unglaublich lange geschlafen. Zuhause schlafe ich meist so bis sechs, wenn ich ohne Wecker erwache. Und jetzt ist es schon halb neun. Ich bin immer noch alleine. Ach schön, die Sonne scheint. Na dann, raus aus den Federn. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich mein Bett mache, obwohl ich im Auto bin. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich werde mal noch ein Fenster öffnen. Besser, oder? Also, zuerst krabbel ich an ein Ende von meinem Bett. Dann kann ich nämlich die Klappe öffnen hier. Die Bettklappe. Alle Kissen schmeiße ich auf die Seite. Jetzt lege ich die Decken zusammen. Ich hatte heute Nacht zwei Decken, weil es doch ein bisschen frisch war. Und ab in die Kiste. Jetzt klettere ich auf das Ende. Und nehme die Polster hoch. Und jetzt einfach rumklappen. Fertig. Die Regalteile müssen noch raus. Und fertig. Mein Frühstückstisch ist gedeckt. Dann kann ich es mir jetzt schmecken lassen. So, jetzt noch der Abwasch. Und als Spülmittel benutze ich für den Abwasch immer, also auch zu Hause, das Spülmittel von Everdrop. Das ist besonders gut für die Umwelt, frei von jeglichen chemischen Substanzen und spürt trotzdem super gut. Ich habe auch einen Code. Ihr könnt einfach mal unten in der Videobeschreibung schauen. Und ja, da bekommt ihr 10% Rabatt bei Everdrop. Und super abwaschen kann man mit so einer faltbaren Schüssel. Die klappe ich jetzt auseinander und dann reicht die für meinen kleinen Abwasch. So, jetzt sind noch ein paar mehr Autos dazugekommen. Aber wir gehen jetzt los zur Wanderung. Tschüss, Wenner. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte dir ein Parkticket. Ja, stundenweise. Tagesticket. Für den Pkw? Pkw, ja. 4 Euro, bitte. Deswegen sind wir ins Auto dann rein, ne? Ja. Bitteschön. Ja. Und einen wieder für Sie. Danke. So, Tagesticket habe ich. Und jetzt kann ich starten. Instead they lock me up and push me down. So that I can hardly see. Now I've had to leave my comfort zone. And these borders start to break. And the chest of life fulfilled my heart. With every new step that I've made. One, two, three, four. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and mine just to be wild and free. Hey! 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 One of those things I have learned so far is that I can trust in God. Hier sind so die alten Landmaschinen ausgestellt. Krass, womit die früher so gearbeitet haben. Getreidefege ist das. Und das dort hinten? Wäscherolle. Schaut doch mal, wie schön manche ihr Vorgärtchen gestalten. Wer schön sein will, muss lachen. Das geht noch bis dahinten hin. Wusstet ihr eigentlich, dass hier im Spreewald die Sorben leben? Die Sorben oder Wenden haben sich im 6. Jahrhundert hier im Spreewald angesiedelt. Da es den Sorben nicht gelang, einen eigenen Staat zu gründen, wurden sie im Laufe der Jahrhunderte ins deutsche Kaiserreich eingegliedert. Im 18. Jahrhundert dann wurden vermehrt deutschsprachige Lehrer hier eingesetzt, sodass die Sprache der Sorben nach und nach verdrängt wurde. Heute leben noch 60.000 Sorben hier, von denen natürlich nur noch wenige ihre schöne sorbische Muttersprache sprechen. Die meisten sind halt angepasst und sprechen deutsch. Also vor allem die ältere Generation, natürlich die jüngeren, haben das nicht mehr mitbekommen. Ich finde es eigentlich schade, so sterben halt alte Traditionen aus. Ied. Ied. Faszinierend, ich laufe hier schon Ewigkeiten und rechts und links sind hier so Kanäle. Mülltonne finde ich mega. Nicht jedem ist es klar, dass man seinen Müll wieder mitnimmt und daher schmeißen doch viele ihren Müll einfach in die Natur. Die Region kann dann natürlich unterstützen, indem sie Müllgehälter aufstellt. Ich bin doch richtig. Ich gehe jetzt gerade den E10. Der Fernwanderweg führt durch den Spreewald. Aus Liebe zum Detail. Schaut mal. Natürlich leben hier auch Tiere. Wir können ja mal schauen. Eichhörnchen ist klar. Fuchs, Reh, Rotfuchs, Wildschwein, Hase und auch kleine Kitze kann man hier finden. Erkennt ihr Bäume an der Rinde? Das ist wohl ganz einfach, oder? Die Birke. Und hier wird es schon schwieriger. Was sagt ihr? Das ist eine Esche. Weiter geht's. Das hätte ich wahrscheinlich auch so erkannt. Die Eiche. Die fälle ich ja immer mal wieder. Und was ist hier los? Ui. Das finde ich schwer. Erle. Ich will euch mal ein kurzes Zwischenupdate geben zum Wanderweg hier. Also grundsätzlich wunderbare Natur. Du hörst nichts außer das Rauschen des Windes und das Zwitschern der Vögel. Aber so sieben Kilometer so einen Weg zu laufen ist schon ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also für mich jedenfalls. Natürlich gibt es auch Biber hier. Wie schön die schnitzen können mit ihren Zähnen. Hier wird es schon spannender. So eine Wege liebe ich mehr. Jetzt die Frage. Lede oder Lübbenau? Hier geht es nach Lübbenau in zweieinhalb Kilometern. Und hier an der Seite sind es nur anderthalb Kilometer. Und für welchen Weg ich mich schlussendlich entschieden habe, das seht ihr nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! pipe chi